Die Landtagsabgeordneten Fritz Gurgisser und Gerald Hauser haben zum gemeinsamen Pressegespräch geladen. Im Mittelpunkt die Initiativen aus den vergangenen Jahren in Sachen öffentlicher Personennahverkehr. Vor allem im Jugendbereich wollen Gurgisser und Hauser Akzente setzen. Ein Beispiel dafür ist die Tirol-Karte. Dahinter steckt, dass wir in Tirol aufgrund der hohen Belastungen aus dem Individualverkehr natürlich schauen müssen, dass so viel wie möglich Leute, ob jung oder alt, öffentlichen Personenverkehr nutzen. Das Land investierte 80 Millionen Euro pro Jahr und daher soll das auch genutzt werden. An der Umsetzung hat es bisher gefehlt und wir haben also in den letzten Tagen immer wieder den Vorwurf gehört, bei diesen Jahren hat man Dicke gemacht, bei der Jugend tut man nichts. Und haben wir jetzt natürlich gehört, dass man mit dem noch zuwarten will, um halt nachher vor der Wahl zu punkten. Mit dieser Karte soll die Attraktivität des ÖPNV für die Jugendlichen gesteigert werden. Angedacht als Ganzjahreskarte mit Nutzung aller in Tirol vorhandenen Linien soll die Karte vor allem auch günstig sein. Ich fordere für die zukünftige Legislaturperiode Folgendes ein, dass man im Tiroler Landtag, so wie das eigentlich üblich ist, zwischen erwachsenen Leuten vernünftig Ideen diskutiert. Und wenn eine gescheite Idee dabei ist, dann soll man das ausdiskutieren, gemeinsam beschließen und umsetzen und nicht so wie bisher schubladisieren, aussetzen, auf die lange Bank schieben, die Jugendlichen viel Geld zahlen lassen, die Eltern zur Kasse bieten. Das ist keine Politik. Also kurzum, wir als die Freiheitliche Partei, wir fordern das, was im Osten möglich ist, 60 Euro bitte, so ein Ticket und das das ganze Jahr. Und das muss umgesetzt werden. Mit dieser Karte soll die Attraktivität des ÖPNV für die Jugendlichen gesteigert werden. Angedacht als Ganzjahreskarte mit Nutzung aller in Tirol vorhandenen Linien, soll die Karte vor allem auch günstig sein. In den östlichen Bundesländern konnte die Karte bereits realisiert werden. In Tirol scheinen die Regierungsparteien knapp vor den Wahlen die Wichtigkeit zu erkennen, das angedachte Projekt findet aber bei Gurgiser und Hauser keinen Gefallen. Noch hoffen die Oppositionspolitiker, dass die Landesregierung gemeinsam mit dem Landtag die Projekte präsentiert.